Im heutigen Lesemonat rede ich ausführlich über Ivar Leon Menger als das Böse kam. Ich rede über Ausweglos von Henry Faber, was ich ja im Buddy Read mit Alex ThrillTube und Filzosophie gelesen habe. Dann rede ich über den Nebel von Stephen King, den ich mit Alex zusammen gelesen habe. Und über Die Gerechte von Peter Swanson. Und dann schneide ich noch ganz kurz meinen ersten Eindruck zu Holly von Stephen King an. Davon habe ich erst die ersten 50 Seiten gelesen. Aber ich wünsche euch viel Spaß mit dem diesmonatigen Lesemonat. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Lesemonat. Mein Name ist Tim und ich lade hier auf diesem Kanal alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann folg mir gerne. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Kommentiere gerne immer, was dich interessiert. Und folg mir gerne auch auf Instagram, denn da gibt es schon vorab immer zu jedem Buch eine winzig kleine Kurzrezension, bevor ihr die dann am Ende vom Monat gesammelt in diesem Lesemonat ausführlich hören könnt. Lohnt sich also. Ja, am Ende vom letzten Lesemonat hatte ich noch Artemis von Eddie Weir gerade erst angefangen. Mittlerweile habe ich es beendet. Allerdings hatte ich es tatsächlich nicht zu Ende gelesen, sondern dann das Ende noch angehört. Ich glaube, so das erste Drittel habe ich gelesen und dann habe ich einfach weiter gehört, weil ich es nicht mehr lesen konnte. Ich habe das oft so, wenn die Story mich einfach nicht genug packt, ich jetzt aber auch nicht sagen will, dass ich es abbreche, weil ich irgendwie das schon noch bis zu Ende erfahren möchte, dann höre ich das Hörbuch. Und das ist dann oft einfacher und macht mehr Spaß, wenn man es dann so nebenbei machen kann und dann kriegt man es noch so mit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt es an den Erwartungen, weil eben der Astronaut und der Marsianer ultra gut waren. Aber dieses Buch hier fand ich nicht so gut. Also klar, es klingt erstmal spannend mit dieser Prämisse, wir haben hier eine Stadt auf dem Mond und da entsteht jetzt so ein kleiner Thriller. Aber wenn ich das eben mal mit dem Marsianer und mit dem Astronauten vergleiche, dann fehlt dem Ganzen hier irgendwie das Besondere. Was jetzt erstmal komisch klingt, wenn ich von einer Geschichte rede, die in einer Stadt auf dem Mond spielt. Aber beim Marsianer hatten wir eben diese Situation, ey Junge, dieser Typ ist alleine auf dem Mars, einem Planeten, der nicht die Erde ist. Und der ist alleine und hat eigentlich keine Chance. Der erste Satz ist alleine schon, ich bin am Arsch, ich bin sowas von am Arsch. Das fand ich so einen geilen ersten Satz von diesem Buch. Und das hat sich durch dieses ganze Buch durchgezogen und so war das dann zum Beispiel auch im Film. Und beim Astronauten war es eine ähnliche Situation, bei der noch was ganz krass Besonderes dazu kam. Es ging plötzlich auch um außerirdisches Leben und ja, außerirdische sozusagen und den Kontakt mit denen und dann noch natürlich Rettung der Welt und alles. Was echt einfach bombastisch und mindblowing war. Und hier ist es halt, naja, es spielt halt auf dem Mond. Und okay, aber die Story ist, ja, relativ boring. Es geht eben um irgendeinen Milliardär, der die Firma boykottieren möchte, die Sauerstoff in diese Stadt führt. Und dann möchte er die Firma aufkaufen und nun engagiert er Jazz, die Hauptfigur. Und die soll für ihn da was bei denen kaputt machen und dann stirbt jemand und dann soll es spannend sein. Aber ich fand es halt echt nicht spannend. Ich habe es echt nur zu Ende gehört, weil ich es nicht abbrechen wollte. Und das ist echt ein bisschen schade. Weil auch der Charakter von Jazz mir nicht unbedingt was gegeben hat. Klar, man hatte immer wieder diesen Andy-Weir-Humor, sage ich mal, der ja auch beim Asiaten und beim Astronauten schon immer gegeben war. Was ich immer echt cool fand. So was Schnippisches, was Sarkastisches, Ironisches. Was immer mal wieder zu Lachern geführt hat. Das war auch hier der Fall. Kam immer mal wieder vor. Aber das ist halt nicht alles, was man braucht. So die Charaktere, diese Frau sozusagen, die die Figur ist, ist einfach nichts Besonderes sonst. Abgesehen von diesem schnippisch-sarkastischen Humor, sage ich mal. Und naja, die Handlung halt auch nicht. Und deswegen kann ich sagen, tja, nette Idee, ein Buch in einer Stadt auf dem Mond spielen zu lassen, ist eine coole Idee. Leider ist die Handlung, diese Thriller-Handlung für mich nicht spannend genug gewesen. Das kann natürlich für jeden anders sein. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es bei euch anders war. Ich kann nur noch sagen, das Hörbuch, das fand ich tatsächlich ganz witzig, weil das wurde gelesen von der Synchronsprecherin von Emma Watson slash Hermine Granger. Die hat es echt gut gemacht. Die hat echt gut zu dieser Figur auch gepasst. Die hat echt gut vorgelesen. Und das hat dann tatsächlich schon nochmal das Ganze ein bisschen aufgewertet. und echt relativ Spaß gemacht, das dann zu hören, wenn man mal halt von der Handlung ein bisschen absieht. Aber naja, vielleicht hat das Ganze auch nur so abgestunken, weil ich es die ganze Zeit auf ein Podest mit dem Astronauten und dem Marsianer gestellt habe. Aber bildet euch gerne eine eigene Meinung und wir sehen uns gleich in der nächsten Buchvorstellung. Zeitsprung, Komma der. Wir befinden uns wieder einige Zeit in der Zukunft. Ich habe die Gerechte von Peter Swanson als nächstes gelesen. Und das war tatsächlich, ja, ein cooler, spannender, ein bisschen ausgewöhnlicher Thriller für zwischendurch. Denn wir befinden uns hier in diesem Buch im Kopf von Mördern, sage ich mal. Also es geht erstmal damit los, dass Ted auf dem Heimflug ist und dort lernt er Lily kennen. Und er erzählt ihr, dass seine Frau ihn betrogen hat und er relativ sauer ist und er beichtet ihr aus sozusagen oder erzählt ihr, dass er halt auch so den Wunsch hat. Ey, ich will die Schlampe umbringen. Und dann ist Lily so, ja, dann mach doch. Mach doch, ey, die hat dich betrogen so. Manche Menschen haben das verdient. Und ich bin nicht dieser falschen Moral unterlegen, dass man nie jemanden umbringen darf. Und manche Menschen haben es einfach verdient, zu sterben. Und das ist natürlich erstmal eine sehr, sehr kranke, krasse Aussage, muss ich sagen. Und sehr abstoßend, aber irgendwie auch macht das Ganze halt spannend. Und bei Ted fruchtet das so ein bisschen. Und der denkt sich, hm, ja, stimmt. Hm. Jetzt könnte man natürlich hingehen als Leser und sagen, boah, das ist total unlogisch, dass sie ihn damit gleich so überzeugen kann. Oder dass man das überhaupt wirklich so rational denkt. Das tut vielleicht so ein bisschen so, als wäre das wirklich ein rationaler Gedanke und nicht irgendwie irgendwas Gestörtes oder so. Aber ich fand es okay. Und wir befinden uns dann tatsächlich die ganze Zeit über im Kopf entweder von Ted, der sich überlegt, okay, ja, ich will das durchziehen. Und Lilly, die ihn halt auch mal manchmal im Kopf von Lilly, die ihn da halt unterstützen will. Und dann mehr erzähle ich nicht, weil dann passieren halt noch ein paar andere Events, die dem Ganzen noch einen neuen Touch bringen, die das Ganze ein bisschen umkippen lassen und in andere Richtungen verlaufen lassen. Und das macht das Ganze auch nochmal spannend, dass dann ungefähr bei der Hälfte vom Buch, vielleicht ein bisschen davor, vielleicht ein bisschen danach, man weiß es nicht. Ja, Charaktere, sage ich mal. Also abgesehen davon, dass wir hier Charaktere halt mit, ja, komischen Ansichten haben, sage ich mal, sind die Charaktere jetzt nicht mega krass. So, klar, man erfährt so ein bisschen dann auch über die Vergangenheit von Lilly und was sie zu dieser Person hat werden lassen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich übelst krass mit ihr mitfühle oder mit ihr mitfiebere sozusagen. Doch, mit Fiebern schon, aber mit Fühlen nicht. So, so ist es richtig. Und das Gleiche gilt auch für Ted sozusagen, beziehungsweise Ted kann man tatsächlich noch ein bisschen weniger einstufen. Also ich würde fast sagen, dass Lilly auf jeden Fall die Hauptfigur ist, während Ted fast eher nur Beiwerk ist. Aber, naja, das ist jetzt so meine Wahrnehmung. Ja, insgesamt kann man sagen, das Buch ist spannend, auf jeden Fall lesenswert, keine Frage. Ich bin froh, dass ich es gelesen habe und ihr könnt es sehr gerne auch lesen, wenn euch eben diese Prämisse catcht, dass wir halt hier eigentlich zu einem sehr großen Teil in den Köpfen von Leuten stecken, die Mord in manchen Fällen für gerechtfertigt. Und halt, das ist doch eigentlich mal was Spannendes, denn meistens ist man ja in Büchern eher auf der Gegenseite. Und das ist halt hier andersrum. Und gleichzeitig sind, also wir sind hier zu 80, 90 Prozent würde ich sagen, im Kopf von dieser Mörderseite sozusagen. Aber man ist halt in jedem Kopf mal. Also es werden noch ein paar mehr Figuren eingeführt und in jedem Kopf ist man mal. So, das ist total cool gemacht. Das ist also, in jedem Kapitel ist man in einem anderen Kopf und immer aus der Ich-Perspektive dann geschrieben. Abschließend kann man einfach sagen, spannendes, unterhaltsames Buch mit einer etwas außergewöhnlichen Prämisse. Ist jetzt nichts, was ich ultra krass im Kopf behalten werde, was ich noch in Jahren irgendwie, worüber ich sprechen werde oder so. Aber das muss ja auch nicht jedes Buch erreichen, wenn wir mal ehrlich sind. Die allermeisten Bücher erreichen das eigentlich nicht, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Von daher ist es ein gutes Buch, hat eine spannende Prämisse, könnt ihr gerne mal lesen. Jetzt mache ich aber auch den Cut, weil ich habe das Gefühl, ich beginne mich zu wiederholen. Und ja, wir springen dann zum nächsten Buch, was ich lesen werde. So, Leute, da sind wir wieder. Es ist nicht mal eine Woche vergangen und ich habe das nächste Buch gelesen. Da steht es auch schon. Es ist Als das Böse kam von Ivar Leon Menger. Damn, von dem habe ich ja jetzt mittlerweile so viel schon gehört, dass der so gut sein soll. Mittlerweile ist ja auch sein zweiter Teil davon rausgekommen. Eine Angst, den ich auch auf jeden Fall dann sehr bald lesen werde, weil ich fand, als das Böse kam, sehr, sehr gut. Das hat mich wirklich gut unterhalten. Ich habe es ziemlich schnell gelesen innerhalb von ein paar Tagen und die zweite Hälfte dann wirklich in einem Rutsch auch. Und ich glaube, das spricht einfach sehr für seine Spannung und das, ohne dass da wirklich ein Plot Twist nach dem anderen kam. Also schon immer mal wieder so kleine Dinge, die es wieder ein bisschen spannend gemacht haben, aber nicht so a la Sebastian Fitzhack wirklich an jedem Kapitel Ende muss irgendein krasser Cliffhanger sein. So wie irgendeine Bildschlagzeile nach dem Motto. So und dann passierte das. Und dann stellt sich am Anfang vom nächsten Kapitel raus, dass es gar nicht so krass war, was da passiert ist. Das ist hier gar nicht der Fall gewesen. Das hat mich hier null gestört und das fand ich sehr, sehr gut. Aber erst mal zur Handlung. Es geht in diesem Buch um Juno. Juno ist 16 Jahre alt und es geht um ihren Bruder, Boy, der ist 12 Jahre alt. Die beiden leben auf einer einsamen Insel mit ihren Eltern. Und dementsprechend haben sie dort auch ihr ganzes Leben lang noch keinen anderen sozialen Kontakt gehabt. Es kommt nur immer mal wieder so ein Besucher, Ole, den sie aber selber nie sehen dürfen. Immer wenn er kommt, müssen sie sich verstecken. Und wenn Gefahr besteht, dass er sie gesehen hat, ist Panik sozusagen. Und das ist alleine schon mystisch. Und man beginnt sich halt zu fragen, weil das ist erst mal wirklich wie so eine kleine Idylle. Die haben auch sonntags immer ihren Spielenachmittag, was die Kinder eigentlich total schön finden. Aber man merkt halt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und Juno, die ist 16 Jahre alt, fängt also langsam einfach an, auch die Dinge zu hinterfragen. Und so macht sie halt beim Spielenachmittag, wo sie Siedler von Katan spielen, einfach mal knallhart. Ey, Mama, Papa, jetzt haut mal raus. Warum ist denn hier auf dieser Karte eigentlich Süd und Nordland nicht drauf? Süd und Nordland ist irgendwie so die Beschreibung von den Eltern immer so. Wir sind in Nordland und dann gibt es die Fremdlinge in Südland und vor denen verstecken wir uns. Die sind die Gefahr, das sind unsere Feinde. Und die Eltern trennen quasi die Welt so in Nord- und Südland. Und bei Siedler von Katan gibt es das halt nicht. Nur andere Länder. Und Juno sagt halt jetzt so, ey, haut mal raus. Was hat es da mit der Aufsicht? Nord- und Südland gibt es da nicht auf dieser Karte. Und dann ist natürlich Stimmung direkt gekippt, so die Eltern gleich so, äh, okay, Spielabbruch, ähm, äh, weg. So, und das ist natürlich, da fragt man sich dann natürlich, okay, was geht da ab? Und dann gibt es irgendwie diese krassen Regeln. Also es gibt irgendwie diese sieben Gebote, die die Kinder auch immer wieder krass runterrattern müssen, immer wieder abgefragt werden, an die sie sich halt unbedingt halten müssen. Wenn sie gegen diese Regeln verstoßen, dann werden sie krass bestraft. Wenn es nur einer gegen die Regeln verstoßt, dann müssen beide bestraft werden. Was sie halt noch mehr dazu bringen soll, dass sie sich auch auf jeden Fall dran halten. Also man fängt sich wirklich an zu fragen, was geht da ab? Und ich kann auch mittlerweile wirklich nachvollziehen, dass alle meinen, dieser Schreibstil von Ivar Leon Menger wäre so mega gut. Weil, ja, ich finde dafür, dass das ein Thriller ist, der Schreibstil echt gut. Es wird immer wirklich viel so Atmosphäre beschrieben. So, sie befindet sich irgendwo draußen und dann wird so krass die Geräusche, die Umgebung, die Luft beschrieben. Und das passiert halt ständig. Und man fühlt sich dadurch so nah und so lebendig da drin. Und das Ganze hat irgendwie auch echt sowas Märchenhaftes. Also Märchen kommen immer mal wieder so ein bisschen vor in diesem Buch auch. Und da passt das einfach vom Schreibstil her, dass das sowas Märchenhaftes auch insgesamt hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Ende hat sich relativ schnell abzeichnen lassen. Also ich fand es tatsächlich ganz witzig, weil die Auflösung kam relativ früh, was ich gar nicht gedacht hätte. Deswegen habe ich sehr lange noch gedacht, okay, da muss ja am Ende noch irgendein krasser Plotus kommen. Ich glaube das jetzt irgendwie nicht, dass das schon die Auflösung ist. Und ich glaube, dass ich da echt ein bisschen geschädigt bin von diesen ganzen Thrillern aller Sebastian Fitzsack. Wo dann immer am Ende noch irgendwas Megakrasses passieren muss. Nur damit noch was Megakrasses passiert. Und ich habe jetzt nochmal festgestellt, das muss gar nicht. Wirklich, das muss überhaupt nicht. Das war so eigentlich total fein. Das hat so völlig ausgereicht und wirkt auch dadurch tatsächlich authentischer. Weil die Realität ist auch nicht so, dass alle fünf Minuten irgendein krasser Plotus daherkommt. Und da geht es vielleicht auch mal so. Und dann ist das so einfach authentischer auch. Ja, Juno als Charakter habe ich schon mitgefühlt. Die war auf jeden Fall gut. Auch wenn sie viele Dinge gemacht hat, die jetzt so ein normaler Mensch nicht vielleicht so machen würde. Aber das ist halt auch logisch. Weil sie lebt ja ihr ganzes Leben quasi auf dieser Insel. Hat seit 15 Jahren keinen menschlichen Kontakt mehr gehabt. Und es ist klar, dass sie dann bei vielen Dingen sehr naiv handelt. Wo ich mir denke, boah ey, bist du fünf Jahre alt oder 16? Aber es passt. Es macht Sinn. Und das ist cool. Weil wenn sie jetzt eben anders handeln würde, würde man sich denken, hey, ich dachte du lebst seit fünftel Jahren da ohne menschlichen Kontakt. Wieso bist du da jetzt schon so sicher da drin sozusagen? Also ist alles irgendwie logisch. Und von daher kann ich das Buch auf jeden Fall total empfehlen. Ich kann es wirklich empfehlen, weil es ist spannend. Ich habe es schnell durchgelesen. Es ist nicht übermäßig spannend mit irgendwelchen künstlichen Plot-Twists daherkommend oder so. Es ist einfach authentisch. Es ist anders. Die Stimmung, die Atmosphäre ist super angespannt und düster. Und man fragt sich die ganze Zeit, irgendwas muss da noch daherkommen. Es ist so wirklich, es schwelt sowas unterschwellig. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Also könnt ihr euch darauf freuen, das zu lesen. Ich kann euch auch schon sagen übrigens, was ich als nächstes lesen werde. Das wird Ausweglos von Henry Faber sein. Das werde ich direkt als nächstes im Buddy-Read mit Alex von Alex ThrillTube und Phil von Phil's Sophie lesen. Das heißt, für mich dauert es jetzt ungefähr noch eine Woche, bis ich das hier kenne. Für euch ein paar Sekunden, bis ihr hört, was ich davon halte. Also bis gleich. Zack, und wir sind wieder in der Zeit in der Zukunft. Ich habe mittlerweile Ausweglos gelesen von Henry Faber gemeinsam mit Phil von Phil's Sophie und Alex ThrillTube. Schaut gerne mal bei den beiden vorbei. Ich habe die mal verlinkt. Die haben beide sowohl YouTube als auch Instagram, wobei ihr die möglicherweise eh schon beide kennt. In Ausweglos geht es um einen Mörder, einen Serienmörder. Der Ringfingermörder, der schon viele Frauen umgebracht hat und ihnen dabei den Ringfinger abgeschnitten hat. Also post mortem sozusagen. Und jetzt hat er wieder zugeschlagen. Und zwar bei Pauls Frau, Emma. Und dann treten auch noch ein paar andere Figuren auf. Wir haben hier noch Noah und Linda, die beiden sind ein Paar. Und eben Paul und Emma, die beiden sind ein Paar. Und die beiden sind Nachbarn. Die kennen sich auch ganz gut, sind ganz gut miteinander. Und dann passiert es eben, dass Noah diesem Mörder begegnet. Er hält ihm ein Messer an die Kehle und sagt, bring mich mal zu deiner Frau. Und jetzt ist Noah da in dieser Lage und denkt sich, ich könnte diesen Mörder jetzt entweder zu meiner Frau bringen, in unsere Wohnung. Oder ich bringe ihn in die Wohnung von unseren Nachbarn, deren Schlüssel ich habe, die gerade im Urlaub sind. Das macht er. Blöd nur, dass Emma doch zu Hause ist und deswegen stirbt. Noah wird zusammengehauen und wir haben unseren Fall. Ich finde das eine coole Ausgangslage, einfach weil sie auch immer wieder über Schuld diskutieren lässt. Diese Frage Schuld kommt bei dem Ermittler Elias, der auch eine sehr wichtige Rolle spielt, immer wieder auf. Weil er sich eben fragt, naja, kann man jetzt sagen, dass Noah schuldig ist, weil er den Mörder zu dieser Nachbarin geführt hat? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass er tatsächlich nicht gewusst hat, dass sie da ist, natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er lügt oder er wusste, dass sie da ist, dann könnte man hier denken, boah krass, der hat den jetzt vorsätzlich zu ihr geführt. Aber würde nicht im Grunde jeder so handeln, wenn er die Wahl hat, führe ich den jetzt zu meiner Frau oder zu der Frau vom Nachbarn sozusagen. Also das ist irgendwie ganz spannend gewesen. Und ich muss auch sagen, dass die Charaktere insgesamt alle, ja zumindest Elias, sage ich mal, kam echt gut rüber. Elias, das habe ich noch gar nicht erklärt. Elias ist der Ermittler in dem ganzen Fall. Der hat schon vor einigen Jahren sehr eng in diesem Fall ermittelt mit einem damaligen Kollegen, Mats, der mittlerweile aber nicht mehr im Polizeidienst ist. Und Elias hat echt so eine Vergangenheit. Der ist auch sehr emotional in diesem Fall involviert und will den jetzt halt auch auf jeden Fall lösen. Und dieser Typ, der gefällt mir tatsächlich, muss ich sagen, echt gut. Jetzt zum Beispiel Noah, jetzt nicht so der Burner. Aber ich finde das auch nicht wichtig, weil er ist jetzt auch nicht so die Hauptfigur. Er muss jetzt auch nicht unbedingt mega grass sein. Und Linda dagegen, also die Frau von Noah, die ja sozusagen verschont wurde, die bildet da schon einen sehr viel interessanteren Charakter-Arc auch, weil sie so einen krampfhaften Kinderwunsch hat. Also sie ist wirklich sehr krankhaft so, oh mein Gott, sie versucht alles Mögliche, um schwanger zu werden. Und man denkt sich so, wow, krass. Also sie ist wirklich sehr dedicated. Und dass das in so einem Buch eben so sehr thematisiert wird, das lässt einen dann schon so denken, krass, das muss noch irgendwie eine Rolle spielen. Das ist auf jeden Fall so das Grobe und ich muss, ja, ich kann auf jeden Fall sagen, es ist ein Thriller, der spannend ist, der auch einfach in die Tiefe geht von den Charakteren, vom Schreibstil und von der Erzählweise einfach auch. Manchmal sind es dann vielleicht ein bisschen zu viele POVs. Also es ist alles, alle Kapitel von all diesen Figuren sind immer in der Ich-Perspektive geschrieben. Und dann muss man echt sich konzentrieren, dass man immer wieder sich vor Augen hält, ah, warte mal, jetzt bin ich gerade in einem anderen Ich sozusagen, was ich meine. Aber nichtsdestotrotz ist das sehr interessant. Da gab es auch eine Szene, sage ich mal, ein Kapitel, wo das wirklich alle paar Sätze von dem POV gewechselt hat, was aber super gut gepasst hat. Und irgendwie, das war ein super Stilmittel. Ich will jetzt nicht sagen, wofür und was das bewirkt hat sozusagen, das könnt ihr dann gerne selber rausfinden. Aber das war alles schon interessant. Und es war einfach mal ein, ja, ich kann es einfach mal sagen, ein tiefer gehenderer Thriller, als ich es jetzt sozusagen gewöhnt bin. Das fand ich einfach sehr schön. Was das Ende angeht, naja, also es war eine Auflösung, die war okay. Es wurde, es gab gefühlt mehrere Auflösungen. Es gab erst eine Auflösung und du denkst, das war es. Dann gibt es noch eine Auflösung von der Auflösung und noch eine Auflösung von der Auflösung gefühlt. Ich weiß gar nicht mal, ob die Anzahl jetzt wirklich stimmt der Auflösungen, aber es war irgendwie schon gefühlt mehrere, mehrere Twists am Ende nochmal. Die aber jetzt nicht mega, mega krass mindblowing waren, auch deswegen definitiv nicht künstlich wirkend oder so. Es war schon okay. Die haben schon authentisch gewirkt. Aber ich weiß nicht, ob jetzt die finale Auflösung sozusagen des Falles sowas Besonderes ist. Also ich glaube, das würde mich jetzt nicht lange noch weiter beschäftigen. Also ich, für mich war der Moment dann auch so eine, ah ja, okay, okay, alles klar. Dann gab es ein paar andere Aspekte der Auflösung sozusagen, die da schon, also ein paar andere Aspekte des Endes sozusagen, die dann schon sehr viel interessanter waren und sehr viel mehr für so einen Aha-Effekt gesorgt haben. Aber ich möchte da auch nicht zu viele Worte drüber verlieren, weil, Spoiler, ich glaube, ihr habt jetzt einen guten Roundblick über, was ich da von dem ganzen Ding halte. Ja, schaut gerne mal bei mir auch auf Instagram vorbei, auch gerne bei Phil und Alex, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube. Und dann sehen wir uns beim nächsten Buch. Eines lese ich noch, das werde ich definitiv auch noch jetzt im September, was soll man sagen, September, genau, im September beenden. Das ist der Nebel von Stephen King. Das werde ich, glaube ich, jetzt auch noch beenden. Und dann sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Wir sehen uns bis gleich jetzt erstmal. So, und wir befinden uns jetzt im letzten Leseabschnitt des Monats September 2023. Zum Ende habe ich noch Der Nebel von Stephen King gelesen, gemeinsam mit Alex von Alex ThrillTube. Ja, irgendwie waren es jetzt gerade zwei Buddyreads hintereinander. Und was soll ich sagen, Der Nebel hat mich irgendwie an Langoliers erinnert. Nicht von der Story her, sondern eher von der Art der Geschichte her. Das ganze Langoliers ist auch eine, ja, eine Novelle, Kurzroman von Stephen King, was im Doppelpack mit Das heimliche Fenster, der heimliche Garten erschienen ist. Hier zumindest in meiner Ausgabe. Und in beiden haben wir eben so eine Situation, wo ein paar Menschen in eine dystopische Situation kommen, sozusagen. Bei Langoliers waren es ein paar Leute in dem Flugzeug, die plötzlich merken, dass ganz viele andere Leute in dem Flugzeug einfach verschwunden sind. Und jetzt irgendwie rausfinden müssen, was, was denn los ist und vor allem, was denn auch auf der Welt los ist. Weil sie sind ja in dem Flugzeug und was sehen sie, wenn sie landen werden? Sind die Leute unten auf der Erde auch alle verschwunden oder was? Und so ist es, so ähnlich ist es bei der Nebel auch. Wir haben ein paar Leute, die in einem Supermarkt sind und plötzlich zieht dieser Nebel auf. Und die sind dann in diesem Supermarkt eingesperrt und aus dem Nebel kommen merkwürdige, gruselige Tiere, Insektenartige Tiere, die aber halt riesengroß sind und ja, sehr gefährlich und sehr mörderisch sind. Und deswegen sind die, wie gesagt, in diesem Supermarkt eingesperrt und müssen jetzt eben so ein bisschen schauen. Und in beiden Geschichten geht es eben auch so um dieses Zwischenmenschliche und auch irgendwie so ein bisschen Soziale, wie, wer übernimmt gleich irgendwie die Rolle des Anführers oder so oder was für Untergrüppchen bilden sich. Bei der Nebel ist es eben ganz schnell, dass es die Mrs. Carmody gibt, die so eine Fanatikerin ist und meint, oh mein Gott, das hier ist das Ende der Welt. Gott hat den Tag des jüngsten Gerichts ausgerufen und das ist die Strafe Gottes und keiner darf rausgehen, weil wir werden alle sterben. Und schadet da auch gleich so eine Schar Jünger um sich sozusagen, die ihr da gehorcht. Und genau, sie meinen eben auch einen Opfer bringen zu müssen, was natürlich hier sehr gefährlich klingt, wenn man mit ihr dann gemeinsam in einem Supermarkt eingesperrt ist. Und ja, ich muss sagen, also es ist halt ein sehr dünnes Stephen King Buch. Es hat gerade mal 220 Seiten. Es ist dennoch hat es irgendwie diesen Stephen King Flair. Ich habe das schon zu Alex gesagt, als wir das gelesen haben. Vielleicht liegt es daran, dass ich lange kein Stephen King mehr gelesen habe. Ich glaube, das letzte war tatsächlich echt schlaflos. Das hatte ich direkt nach dem Dunklen Turm Ende gelesen. Und das war Anfang diesen Jahres im Januar oder Februar vielleicht. Das ist schon lange her. Und seitdem habe ich mehr so schnelllebigere Bücher gelesen. Und jetzt hatte ich direkt wieder das Gefühl, oh mein Gott, das ist gleich wieder dieser ausführliche Stephen King. Obwohl es so ein dünnes Stephen King Buch ist mit 200 Seiten und auch gar nicht mal so ultra ausführlich. Aber auch wenn es nicht wirklich ausführlich ist, ist es doch irgendwie ausführlich im Detail. Ich weiß nicht, diese Figuren, die Charaktere kommen direkt wieder so nahbar rüber. Man hat direkt wieder das Gefühl, man ist diese Figur. Und das habe ich, also so wie es bei keinem anderen Autor meiner Meinung nach ist. Und das, obwohl, wie gesagt, nicht mega ausschweifend erzählt wird. Es hat ja auch nur 200 Seiten. Es geht relativ schnell los. Wir haben den Sturm, ein Baum kracht irgendwie auf das Auto oder aufs Garagendach oder irgendwie sowas. Dann ist er im Supermarkt, zack, Nebel, zack, Oktopusarme kommen irgendwo raus. Und zack sind wir in der Geschichte drin. Das geht schon sehr schnell. Und ich mag das irgendwie von Stephen King. Ich mag das, wenn er mal nicht so ultra ausführlich schreibt. Und zeigt, dass er dennoch tief in diese Charaktere reingehen kann, ohne sie ausführlich zu beschreiben. Wir haben eigentlich nur, es passieren Dinge und trotzdem lernen wir, was geht in den Figuren vor. Wenn die Hauptfigur, der Vater von Billy, also wir haben quasi hier einen Vater, der mit seinem kleinen Sohn in diesem Supermarkt eingesperrt ist. Und er hat eigentlich auch eine Frau. Und jetzt passieren halt Dinge und ohne dass das groß beschrieben und genannt wird, was da abgeht, können wir ihn verstehen und fühlen. Und das finde ich total gut gemacht. Das ist so ganz im Sinne von diesem Show, don't tell. Wir müssen das alles nicht erklärt kriegen ausführlich. Wir können einfach sehen und zuschauen. Wir sind selber Menschen, können selber fühlen und selber denken. Wir begreifen das schon. Versteht ihr, wie ich meine? Und das hat mir super gut gefallen. Und beim Ende muss ich jedoch sagen, das hat mir nicht so gut gefallen. Das war ein bisschen langweilig. Und ganz ehrlich, da hätte ich mehr von Stephen King erwartet. Vielleicht aber auch, weil ich die Serie zu der Nebel kenne. The Mist habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, auf Netflix gesehen. Und das Ende war ja mal komplett geisteskrank. Da war noch ein Story-Part, der zwar auch im Buch vorkam, aber in der Serie irgendwie noch eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat. Also noch ein paar Elemente dazugekriegt hat in der Serie, was dann am Ende zu einer unfassbar krassen Konfrontation und Entscheidung auch geführt hat, die ich so in einer Serie oder in einem Buch noch nie gesehen oder erwartet hätte. Und ja, ich war irgendwie davon ausgegangen, dass das hier im Buch halt ähnlich ist, aber es ist gar nicht. Und das ist ja mal, das hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt sagen würde, dass das Ende von der Serie irgendwie spektakulärer, auch irgendwie tiefgehender und verhängnisvoller und verheißungsvoller irgendwie wirkt, als das Ende von Stephen King im Buch. Also das ist irgendwie offener, man kann sich jetzt mehr denken, mehr überlegen so, aber irgendwie ist es halt auch langweiliger. Und naja, wenn ihr die Serie gesehen habt, dann wisst ihr, was ich mit dem Ende von der Serie meine. Wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann wisst ihr, dass ihr jetzt nicht davon ausgehen solltet, dass das Ende das gleiche ist. Es ist anders. Wenn ihr beides noch nicht gesehen habt, das Buch lohnt sich dennoch. Ihr könnt das Buch auf jeden Fall lesen. Und ich sage mal, vom Erzählstil und so hat das Buch viel mehr zu bieten als die Serie. Auf jeden Fall. Weil das Ganze ist auch wieder mal aus der Ich-Perspektive von diesem Vater erzählt, der das Ganze Jahre später, oder nicht Jahre später, aber quasi am Ende der Ereignisse aufschreibt. Und so, ich mag das, wenn so ein Buch irgendwie wie so ein Erfahrungsbericht wirklich wirkt. Das macht das Ganze so ultra real und super spannend. Also ganz anders, als wenn das so von dem allwissenden Erzähler irgendwie erzählt worden wäre. Versteht ihr, wie ich meine? Und diesen Stil hat halt die Serie gar nicht. Bei der Serie ist nur der einzige Vorteil, den sie dem Buch gegenüber hat, einfach das Ende. Und naja, von daher, ich habe alles gesagt, was ich zu dem Buch, zu der Geschichte, zu der Serie, whatever, denke. Das war es tatsächlich auch mit dem Lesemonat. Fast, ich kann nur noch sagen, ich habe jetzt mit Holly angefangen, auch von Stephen King. Und ich habe die ersten 50 Seiten bis jetzt nur gelesen. Ich werde das nicht mehr diesen Monat fertig kriegen. Aber im Oktober könnt ihr dann meine ausführliche Meinung dazu erwarten. Kurz lässt sich hier noch sagen, ich finde es schon mal gut. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich Holly so, also dass ich mich so sehr freuen würde, Holly wiederzusehen. Ich habe die Mr. Mercedes Trilogie vor vier, fünf Jahren gelesen. Und Mr. Mercedes vor drei Jahren. Und der Outsider vor drei Jahren oder so. Und ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass Holly irgendwie so eine, naja, irgendwie liebe, liebenswürdige, verschrobene kleine Person ist. Und ich mich so freuen würde, sie wiederzusehen. Mehr kann ich jetzt allerdings noch nicht dazu sagen. Das, wie gesagt, werdet ihr im Oktober hören. Meine ausführliche Meinung zu Holly und allem, was ich dann im Monat gelesen haben werde. Folgt mir gerne auch auf Instagram, denn da poste ich immer schon direkt, nachdem ich ein Buch gelesen habe, meine kurze Meinung in Real Form. Ich habe mir sagen lassen, dass das sehr viel Spaß macht anzuschauen. Und ich freue mich, euch dort wiederzusehen oder hier eben wieder im Lesemonat Oktober. Bis dahin. Ciao.